Musik Moin, moin, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen in IQ's Kitchen Hier ist euer Kamini und heute möchte ich euch ein neues Rezept zeigen Und zwar war ich am Wochenende auf einem Streetfood Festival Und hab mich so ein bisschen inspirieren lassen Bin natürlich auf einige Leckereien gestoßen Wo ich mir gedacht hab, hey, die kann man doch bestimmt auf gesund trimmen Und eines davon, das werde ich euch heute zeigen Und zwar ein High-Protein-Flammkuchen Ja, ihr wisst ja selbst, Flammkuchen enthält natürlich auch immer einen gewissen Fettanteil Wird ja häufig mit Schmand und so weiter gearbeitet Natürlich auch der Kohlenhydratanteil, der entsprechend hoch ausfällt Wenn man es selbst macht, hat man dann auch noch eine gewisse Vorbereitungszeit für den Teig All das bleibt uns erspart in meiner Version und ich zeige euch, was wir brauchen So, Sportsfreunde, wie ihr das gewohnt seid, ganz einfache Zutaten Und zwar brauchen wir ein Tortilla Wrap Hier mit ein paar Leinsamen Dann ein bisschen Rucola, das ist aber nur die Deko Wir brauchen natürlich rote Zwiebeln Und zwar eine halbe, die werde ich würfeln Dann habe ich hier Schinkenwürfel Fett reduziert, 30% weniger Fett Die haben gerade mal, lasst mich mal gucken 2 Gramm Fett, das ist gar nichts Dann werden wir statt Schmand und Creme Léger Werden wir hier so einen Körling Frischkäse nehmen Und zwar die Hälfte davon Das Ganze mit Fiedadelfi hier verrühren Werden wir mit hier Pfeffer, ein bisschen Knoblauchpulver und mit Salz abschmecken Und dann entsprechend belegen Ich habe jetzt schon mal den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad Und los geht's Ich habe jetzt schon mal den Ofen vorgeheizt auf Fertig ist das gute Stück Und jetzt kommt es in den Ofen Und zwar für 15 Minuten in etwa Ich werde zwischendurch einen Blick drauf werfen Und dann hole ich euch wieder ab So sieht das Teil aus Schön knusprig der Rand Jo, schaut euch mal an Und jetzt werden wir natürlich obligatorisch Noch ein paar Gucola Blätter drauf verteilen Den Rest den ich quasi noch im Kühlschrank zusammen gekratzt habe Ja, und so sieht das dann aus Geil, oder? Jo, und hier nochmal das fertige Endergebnis Schön knusprig der Rand Ja, auf jeden Fall ein richtig cooles Gericht Wie ich finde 5 Minuten Vorheizzeit Die kann man nutzen, um soweit alles vorzubereiten Ich habe sie jetzt 12 Minuten im Ofen Also man kann wirklich in 20 Minuten Einen fertigen Flammkuchen auf dem Teller haben Macro-friendly, wie man so schön sagt Also auf jeden Fall etwas fitnessgerechter Als der normale Flammkuchen Ich habe ihn in der Version hier noch nicht gemacht Habe ihn vorher mal mit so einem Low Carb Boden gemacht Das findet ihr dann in meinem Rezeptbuch Was übrigens heute in den Druck geht Wenn ihr dieses Video seht Das müsste der Mittwoch sein Ja, auf jeden Fall blende ich euch natürlich die Makros wieder hier mit ein Bildchen bekommt ihr hier oben Ich werde mir den guten Kameraden jetzt gönnen Als Pre-Workout-Snack Ich hoffe, ihr macht das mal nach Gerne in die Kommentare schreiben Wenn es euch gefallen, geschmeckt hat Und nicht vergessen zu abonnieren Ich wünsche euch was Bis zum nächsten Mittwoch in IQ's Kitchen Euer Kamine Haut rein Bis zum nächsten就